Das Thema Scheidung ist noch immer ein sehr schwieriges Thema. Es ist wohl in aller Munde. Es ist immer nur die Frage der Bewertung und in welcher Munde. Und wir sind gewöhnt in Österreich es sehr negativ zu sehen, weil der Begriff verbunden ist mit einer Rechtsprechung. Das kann ich jetzt als Resümee sagen aus dieser vielen Recherche, besonders was jetzt den Kinderbereich betrifft. Wir haben im April die Scheidung des Kindermagazins auf den Markt gebracht. Und hier muss ich sagen, dass die Bewertung dann so ist, am liebsten, dass viele wegschauen wollen. Die richtige Auseinandersetzung mit dem Thema ist sehr, sehr schwierig und nicht von allen in dieser Art und Weise gewünscht. Es ist polarisiert.